Hallo, heute zeige ich euch, wie man Hebe-Tattoos, also Wasser-Tattoos, auf die Haut anbringt. Wir brauchen dafür ein Glas Wasser, einen Kübel, wo das Wasser rein kann. Hier zeige ich euch das Tattoo. Hinten auf der Rückseite haben wir eine schöne Beschreibung. Die Sörper, auf den Sörpern Drücken, Handrücken auflegen. Okay. Drücke, Piersenschwimmer, gut befeuchten. Wir brauchen dafür ein Tuch. Die Folie abziehen. Okay. Kann das schwierig werden. Ja. Vielen Dank. Und nun festdrücken für 30 Sekunden. Und jetzt vorsichtig abziehen. Leider nicht so gut geworden. Ich zeige euch mal das Ergebnis. Ja. Funktioniert nicht immer. Aber das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Funktioniert nicht immer. Funktioniert nicht immer. Funktioniert nicht immer. Funktioniert nicht immer.